Ja, sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Haus Oberschlesien bei der Stiftung Haus Oberschlesien beim Oberschlesischen Landesmuseum. Mein Name ist David Skrabanja, ich bin Kulturreferant für Oberschlesien bei der Stiftung am Oberschlesischen Landesmuseum und ich freue mich sehr, Sie hier zu einer weiteren Ausgabe von Podium Silesia zu begrüßen, einer Vortragsreihe, die wir seit dem letzten Jahr aufgelegt haben, in der wir uns eben mit der Geschichte Oberschlesiens im europäischen Kontext beschäftigen. Und ja, heute ist der Vortrag von Herrn Miroslav Wenski, der beschäftigt sich mit der NS-Zeit und beschäftigt sich mit einer Person, die bislang, obwohl in einer sehr hervorgehobenen Stellung des nationalsozialistischen Staates, eigentlich nicht so viel Aufmerksamkeit zugekommen ist. Im Gegensatz zu den anderen Ost-Gauleitern, denn auch Fritz Pracht war Gauleiter, im Gegensatz zu den anderen Ost-Gauleitern wie Forster, wie Greiner, ist der Eingriff relativ unbekannt geblieben, obwohl er eigentlich die Oberhoheit während des Zweiten Weltkrieges über eine Region hatte, die nach dem Ruhrgebiet eigentlich das zweitwichtigste, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht, das zweitwichtigste Gebiet des gesamten Dritten Reiches war. Und bislang ist zu ihm auch sehr wenig publiziert worden, zumal eine Biografie gab es nicht. Und die ist jetzt fast logischerweise vor einigen Jahren in Polen entstanden, in Oberschlesien selber, in Katowice, wo natürlich noch die zahlreichen Dokumente, zahlreiche Dokumente und Nachlässe und Archivbestände lagern und eben dort auch erarbeitet werden können. Und 2013 hat Herr Wenski seine Dissertation über Fritz Pracht verfasst und diese Dissertation ist im letzten Jahr als Übersetzung im Schöning Verlag erschienen und stellt somit eigentlich die allererste, allererste umfassende Arbeit über die Person Fritz Pracht dar. Einige Worte noch zu unserem heutigen Referenten. Das ist Herr Dr. Miroslaw Wenski, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der schlesischen Universität in Katowice und am Institut für nationales Gedenken in Katowice. Also zu beiden Institutionen, mit beiden Institutionen ist er seit vielen Jahren verbunden. Und Herr Wenski war auch schon vor anderthalb Wochen bei uns, als wir eine internationale Konferenz hier in diesen Räumlichkeiten anlässlich des 100. Jahrestages der Volksabstimmung in Oberschlesien abgehalten haben, mit Wissenschaftlern aus Polen, aus Deutschland, aber auch aus Tschechien, Österreich und Großbritannien. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt kurz nach dieser weiten Reise von 1000 Kilometern hier erneut bei uns ist und uns eben sein Werk vorstellt. Von meiner Seite soll es der Vorrede auch genug gewesen sein. Ich denke, wir werden nach der Veranstaltung noch in die Diskussion kommen. Das ist zwar in so einem kleinen Kreis, oder das ist bestimmt in so einem kleinen Kreis noch viel intensiver möglich, wie wir auch schon gestern im Gerhard Hauptmannhaus erlebt haben, als wenn es ganz viele Personen wären. Aber ich glaube vielleicht noch dazu, bei vielen Menschen ist noch gar nicht angekommen, dass die kulturellen Einrichtungen wieder in Präsenz gehen, so seit zwei, drei Wochen. Und ich hoffe mal, dass sich das wieder ändert in den nächsten Wochen und dass wir auch wieder mehr Besuch hier haben. Ja, lieber Mirek, du hast das Wort. Also, eigentlich guten Abend, ja, schon. Also, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich freue mich sehr, dass ich hier im Ratingen, im Oberschlesienschen Landesmuseum ein paar Worte über Fritz Bracht sagen kann, also über nationalsozialistische Funktionärpolitiker, der sehr stark Schicksale von vielen Oberschlesiern, aber nicht nur Oberschlesiern, beeinflusste und oft auf sehr grausame Weise. Sie sehen hier das Buch, das ein Ergebnis von mehrjähriger Forschungsarbeit ist, ein Ergebnis von Reherschen, als Herr Skabania sagte, in polnischer, in deutscher und auch in tschechischen Archiven. Aber Hauptquellenbestand, das sind tatsächlich die Akten, die sich in Katowice im Staatsarchiv befinden und eigentlich außer ein paar polnischen Historiker bisher gründlich nicht erforscht wurden. Das ist ausgezeichnete Quellenbasis, nicht nur für Forschung über Geschichte über Schlesiens, aber meiner Meinung nach auch für die Geschichte des Dritten Reichs. In Katowice befinden sich Akten für Behörden der Verwaltung der nationalsozialistischen Partei, die auch allgemeine Prozesse im Dritten Reich, Verwaltungsprozesse, Entziffern helfen. Und soviel ich Informationen zum Bracht und NS-Politik über Schlesien sammeln konnte, habe ich in diesem Buch benutzt. Also, Fritz Bracht, als schon Herr Skabania sagte, das war meine Dissertation und natürlich die erste Ausgabe erschien in Polen. Ich kann sagen, ich war nur der einzige Autor des Buches, aber im Fall der deutschen Fassung haben wir zwei Autore, also auch Herrn Dr. Skabania, der die ganze ins Deutsch übersetzte. Und ich bin auch große Dankbarkeit, Herr Skabania schuldig für diese ausgezeichnete Arbeit. Aber vergangen wir vielleicht endlich mit Herrn Gauleiter an. Der Mann, der das Schicksal Oberschlesiens so stark prägte, war eigentlich nicht über Schlesien, sondern wurde er im Jahre 1899 in Heidenlippe geboren als Sohn einer Arbeiterfamilie. Wir können also sagen, dass er nicht aus reicher Familie stammte. Es musste sagen, dass er ein einfacher Mensch war und keine Aufstiegsmöglichkeiten in der Jugend hatte. Seine Ausbildung war eigentlich typisch für diese Gruppe. Es begrenzte sich zur Volksschule und später zur Berufsausbildung als Gärtner. Was aber in diesem Fall wichtig war, ist das, dass er direkt nach Schulabschluss zum Militärdienst eingezogen wurde und sich an der Front des Ersten Weltkriegs befand. Das ist also wichtig, dass er sozusagen, dass Bracht zu einer Generation der deutschen Männer angehörte, die ihre Sozialisierung in Kriegsgraben erlebten. Das musste seine spätere Lebensdezisionen, Scheidungen irgendwie prägen. Und vielleicht auch ein wichtiger Grund war, warum er sich später für die Tätigkeit in der nationalsozialistischen Bewegung entschied. Er hat während des Krieges viele Auszeichnungen gewonnen. Das bedeutet, dass er sich als sehr tapfer Soldat erschien, hatte aber sozusagen Glück, dass er ein paar Monate vor dem Kriegsende in die englische Kriegsgefangenschaft geriet und vielleicht dadurch sein Leben retten konnte, da es noch später, noch vor dem Ende des Krieges viele blütige Geschlechter an der Westfront gab und da die viele Leben der deutschen Soldaten natürlich kosteten. Am Slide sehen Sie ein paar Dokumente aus der frühen Jugend Fritz Brachs, die ich finden könnte. Oben sehen wir einen Beweis, dass er in der Dorfkirche in Heiden als protestantischer Kind konfirmiert wurde und in der Pfarrei Archiv befinden sich auch diese Aktenbeweise dafür. Hier haben wir auch seine Geburtsurkunde. Und das ist ehrlich gesagt fast alles, was ich aus dieser Periode finden konnte. Alle anderen Informationen stammen aus NS-Dokumentation, seinen Personalfragebogen, die er für die Parteizwecke erfüllen müsste. Und das Bild, das ist die Kirche in Heiden. Okay, gehen wir weiter. Nachdem er aus Kriegsgefangenschaft nach Deutschland zurückgekehrt ist, wechselte, ist er nicht nach Heiden zurückgekommen, sondern Sonder wohnte in Plettenberg in Westwallen. Ich glaube, das ist ein Gebiet, das sich Sauerland heißt, wo er ein Jahr nach seinem Rücktritt aus der Kriegsgefangenschaft sich mit Elisabeth Ritzke heiratete. Ein Jahr später wurde ihm eine Tochter Edith geboren. Und soweit ich es verstehen könnte, das war sein einziges Kind. Es mussten für ihn, wie eigentlich für alle Generationen, nicht so einfache Jahre sein. Vor allem Probleme, die Arbeitsstelle zu finden. Als Sie hier sehen können, arbeitete er als Schlosser, als Friedhofsgärtner. Das heißt, dass er auf verschiedenste Weise versuchte, für sein Leben etwas zu verdienen. Also er musste eigentlich in einem Stand der Unsicherheit leben. Das konnte auch im Bewegen sich mit den Nationalsozialisten zu verbinden, die der deutschen Gesellschaft eine neue, bessere Zukunft versprechen. Und er machte es genau dort, wo er wohnt, also in Plettenberg. Laut seiner Partei Formuläre Er wurde in der Partei Er wurde in der Partei am 1. April 1927 eingenommen. Und nicht nur zu der Partei, aber auch zu Sturmabteilungen. Also musste er ein aktiver Kämpfer sozusagen in diesen Zeiten sein. Und das bedeutete, denke ich so auch deshalb, dass er bald avanzierte. Er hat sein Aufstieg auf den Stufen der Partei war sehr schnell. Schon im gleichen Jahr seines Beitritts zur Partei wurde er zum Ortsgruppenleiter der NSDAP in Plettenberg ernannt. Das hieß, dass er ein Führer, Anführer, dortiger Nationalsozialisten wurde. Aber das war nicht die letzte Stufe. Ein Jahr später wurde er zum Bezirksleiter für Kreise Altena, Lüdenscheid und Olpe ernannt. Das heißt, dass er ziemlich großen Gebiet unter sich hatte und auch immer mehr Enthusiasten der nationalsozialistischen Bewegung. Im Jahre 1932 wurde er Kreisleiter. Diese Andauung war damit verbunden, dass sich in dieser Periode die NS-Partei schon zur Machtübernahme vorbereitete und auch auf Ebene der Kreise die Organisationen bildete, um in Regionen schneller die Macht zu übernehmen. Und da können wir vermuten, da die Aktenbeweise dafür gibt es nicht so viel, dass genau bracht war, der Partei Aktivist, der verantwortlich war, um Macht im Kreise Altena zu übernehmen, als Adolf Hitler Reichskanzler wurde. Diese Jahre waren für Bracht, für seine Parteikarriere auch deshalb sehr wichtig, weil er damals Vertrauen seines vorgesetzten Gauleiters Josef Wagner gewonnen hat, der bald sein Patron wurde. Er unterstützte seine Karriere eigentlich. Er unterstützte seine Karriere, auch später, auch wenn Wagner schlesischer Gauleiter der NSDAP und Oberpräsident in Schlesien wurde. Schon nach Machtübernahme gab es auch wichtige Ereignisse im Privatleben, vielleicht als Sie hier sehen, er hat sich mit Elisabeth geschieden lassen und neue Dame heiratete, also Paula Hesseler. Das ist auch interessant, dass diese Paula Hesseler, sie war Schwester eines des Gründers der NSDAP in Plettenberg. Sie sehen hier das Hotel in Plettenberg, das als erste Parteilokal in dieser Ortschaft gediente. Und dieses Hotel gehörte zur Familie Hesseler. Also wir haben hier eine Kooperation der Motive des Privatlebens und Parteikarriere. Sowieso schon im Jahre 1934 hatte Bracht in Westfalen-Süd, in Gau der NSDAP Westfalen-Süd, eine ziemlich starke Position, was ihm später sehr stark geholfen ist. Denn, als ich sagte, wurde im Dezember 1934 Josef Wagner, Gauleiter von Westfalen-Süd, wurde auch von Adolf Hitler zum Gauleiter und Oberpräsident in Schlesien genannt. Mit einer Hauptaufgabe eine Säuberung in Parteireihen genau in Schlesien durchzuführen. Warum waren diese Schritte notwendig? Okay, wir können das betrachten als eine spätere Folge der Säuberung, die im Juni 1934 durchgeführt wurde. Ich meine natürlich die Exekutionen der Sturmabteilung der Führung, wie die wichtigsten Funktionäre der SA liquidiert wurden. Und besonders blutig diese Nacht der Lange Messe, die sogenannte Nacht der Lange Messe, in Schlesien durchgeführt wurde. Aber Parteiführung war damit eigentlich nicht zufrieden. Sehr viele Parteifunktionäre in Schlesien waren noch am Ende des Jahres 1934 verdächtigt und deshalb diese Aufgabe Wagners, um diese Leute aus der Partei zu entfernen. Ohne Exekutionen, es war nicht so blutig, aber die Säuberung war ziemlich stark. Zum Beispiel ungefähr 50 Prozent der Kreisleiter, also Funktionäre wie der Säuberung, die in Schlesien mitgebracht wurden, wurde aus ihren Ämtern enthoben. Und nachdem dieser Wagner nach Breslau, Gau-Hauptstadt Schlesiens, gekommen ist, natürlich brauchte er neue Mitarbeiter, also Leute, denen er vertrauen könnte. Und es stellte sich heraus, dass einer von diesen Leuten, die nach Breslau mit Magda mitgefahren sind, war auch Fritz Bracht, der damals sehr wichtige Position erworben hatte, da er Stellvertreter Gauleiters Wagner wurde. Natürlich nur die Parteisachen. Und man kann auch in Quellen Beweise finden, dass diese Säuberung teilweise von Bracht persönlich durchgeführt würde, dass einerseits das Vertrauen Wagners verstärkte, andererseits auch eine relativ selbstständige Position in der Partei in Schlesien den Bracht gab. Und noch dritte Sache, schon damals konnte er sich als sehr tüchtiger Parteifunktionär darstellen, was in München oder in Berlin schon damals bemerkt wurde. Also eine weitere Schrift für die weitere Parteikarriere. Ein anderes wichtiges Moment, das ist Jahr 1937, also ein Jahr, wo die Mitgliedssperre in der Partei aufgehoben wurde. Nach der Machtübernahme wollten sehr viele Leute diese Konjunktur benutzen und NSDAP beitreten, was beschränkt wurde. Aber im Jahre 1937 war die Situation ein bisschen anders. Das sind schon vier Jahre der nationalsozialistischen Regierung in Deutschland. Die Partei hatte damals ganz andere Aufgaben, als es vor Jahren waren. Jetzt, das war die einzige Partei, die in Deutschland wirkte. Und in diesem Machtgefüge des Dritten Reichs die Rolle der Partei war, eigentlich die Gesellschaft zu kontrollieren und propagandistisch zu bearbeiten. Zu diesem Zweck schüpfte man sehr komplizierte, der breite und tiefe Struktur. Also fast jeder Deutsche sollte von einem Parteifunktionär beobachtet werden. Und das ist ein wichtiges Machtfaktor im Dritten Reiches, der Faktor der Kontrolle der Gesellschaft. Also eigentlich nicht Gestapo, die zwar berühmt war, aber nicht so groß. Es gab doch nur ein paar Tausend Gestapo-Funktionäre in Deutschland. Aber im Alltag waren die Parteiaktivisten, die sogenannten politischen Leiter dafür verantwortlich, um diese Kontrolle zu machen. Und in Schlesien war auch dafür verantwortlich, da er diese Strukturen ausbauen musste und natürlich das machte ein folgender Punkt für seine Karriere. Natürlich, es gab auch andere Aufgaben. Die Partei war an vielen Faktoren, vielen Gerichtungen der nationalsozialistischen Politik in Schlesien beteiligt, zum Beispiel an Volkstumspolitik im Regierungsbezirk Opel, also im deutschen Teil Oberschlesiens, also im Gebiet, wo ziemlich starke polnische Minderheit lebte. Auch für viele Sachen, die in dieser Frage von der von der nationalsozialistischen Behörden gemacht wurde, auch dafür war teilweise zumindest für Fritz Bracht verantwortlich. Und natürlich auch die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung. In diesem Fall aber fehlt es Dokumente, die die Tätigkeiten Brachts zeigen könnten, nur sehr wenige eigentlich. Sie sehen hier einen Auszug aus einer Zeitung von 1937. Es ist eigentlich eine Werbung Brachts für die Leser, die Zeitung hieß, der oberschlesische Wanderer. Das ist eine Werbung Brachts, der sozusagen werbte, dass die Leser der Zeitung eine Serie von antijüdischen Artikeln lesen sollte. Aber in Akten, die eine Verwaltungstätigkeiten auf diesem Bereich zeigen konnte, gibt es nicht zu viele Beweise, die Aktivität Brachts zeigen würde. Außerdem auch eine andere Beispiele der Illustrationen zu dieser Periode in Brachts Karriere. Oben eine Karikatur, die den Bracht als einen gut mutigen Beamten, Parteifunktionär sagte, das ist ungewöhnlich. Diese Männer wollten sich ja meistens als starke Anführer zeigen, so wie im Mitten können wir sehen, während einer nationalsozialistischen Kundengebung. Naja, hier oben können wir Bracht sogar als einen sympathischen Mann betrachten. Aber das war auch ein Teil der damaligen nationalsozialistischen Propaganda. Das waren, als ich sagte, wichtige Jahre auch für Bracht. Tüchtiger Partei, Funktionär, der die schwere Aufgaben durchführen, lösen kann. Aber die wichtigste Zeiten für Bracht waren noch vor ihm. Und diesen Moment kam nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Die deutsche Wehrmacht sehr schnell konnte das polnische Teil Oberschlesiens, die sogenannte schlesische Wojewirtschaft besetzen. Und schon in den ersten Tagen des Zweiten Weltkrieges bildete deutsche Besatzung macht Verwaltung. Nicht nur Zivilverwaltung, aber natürlich auch die Parteistrukturen. Weil in polnischen Teil Oberschlesiens auch sehr starke deutsche Minderheit gab. Und in dieser Gruppe sich viele Leute befanden, die auch Enthusiasten mit Läufern der nationalsozialistischen Bewegung waren. Und sich bald nach dem Einmarsch der deutschen Truppen anmeldeten, um mitzuarbeiten. Und diese Leute, das waren später die Funktionäre der Parteistrukturen der NSDAP in besetzten polnischen Oberschlesien. Und nochmals, wer organisierte die ganze Sache der Partei, das war natürlich Bracht. Und noch eine andere Sache, die ich nicht erwähnt habe. In den letzten Jahren vor dem Krieg, die Position Brachts in Schlesien war noch stärker als früher. Auch deshalb, weil Josef Wagner eine Chance, einen Appetit für eine bessere Karriere hatte. Er wollte eigentlich ein Reichsminister sein, ein Reichswirtschaftsminister sein. Was ist ihm endlich nicht gelungen, aber das bedeutete, dass er in Breslau eigentlich abwesend war. Also es war also Bracht für alle diese Verwaltungssachen in der Partei verantwortlich. Und natürlich, das bedeutete für ihn immer größere Einflüsse, die er auch dazu benutzte, um gegen Wagner, gegen seinen Protektor zu intrigieren. Und das war auch noch wichtiger nach dem Kriegsausbruch, weil Wagner auch andere sehr starke Gegner hatte, als Sie sehen, zum Beispiel Heinrich Himmler, aber auch Martin Bormann, der später Sekretär Hitlers wurde. Alle diese großen Leute gegen Wagner intrigierten und den Hitler im Mai 1940 dazu bewegten, um Wagner aus Schlesien abzuberufen. Und was Besseres konnte sich damals Bracht vorstellen, um seine Position zu verbessern. Natürlich, er benutzte diese Situation, hat Unterstützung zum Beispiel von Himmler, Heinrich Himmler gewonnen und das bedeutete eine Chance des Aufstiegs dazu, bald gekommen ist. Denn im Dezember 1940 entschied sich Adolf Hitler, die Provinz Schlesien in zwei selbstständige Provinzen, Niederschlesien und Oberschlesien, zu teilen. Natürlich, neue Verwaltungszeiten brauchten verantwortliche vorgesetzte Beamte, die die Verwaltung der Partei dort führen sollten. Und für Oberschlesien wurde die Kandidatur Brachts gewählt. Was bedeutete, dass im Januar 1941 Bracht zum Gauleiter und Präsident Oberschlesiens genannt wurde. Und was bedeutete, dass er zu enge Elite der politischen Elite des Dritten Reiches avancierte. Die Gauleiter und Oberpräsidenten waren die richtigen Leiter der ganzen Verwaltung und Zivilverhandlung und der Partei in den Gebieten, die ihnen unterlagen. Sie wurden von Hitler sogar als Vizekönüge genannt, also die enge regionale Elite. Und in diesem Fall gehörte Bracht zu einer der wichtigen Gruppen der deutschen Funktionäre, die die Gebiete des besetzten Polens verwalteten. Als David schon früher sagte, es gab viele sogenannte, ein paar sogenannte Ostgearleiter, die jedoch viel bekannter als Bracht bis heute sind. Ich meine also den Erich Koch aus Ostpreußen. Ich meine den Albert Forster aus Danzig, Westpreußen. Oder Arthur Greiser aus Milkopolska, Großpolen und in der NS-Zeit Warteland. Es waren die Leute, die für die ganze Besatzungspolitik in diesen Gebieten verantwortlich waren. Und was ist dabei wichtig zu betonen? Die westlichen Gebiete der Polens wurden im Oktober 1939 in das Dritte Reich eingegliedert, annektiert. Und laut Vorhaben Himmlers, Hitlers, sollten diese Gebiete ungefähr nach zehn Jahren der Besatzung ziemlich germanisiert werden. Und natürlich für diese Sachen waren die Gauleiter verantwortlich. Es war aber ein bisschen mehr kompliziert. Okay. Welche Ämter also Bracht als Gauleiter auch in Oberschlesien bekleidete? Vor allem als Gauleiter war er Führer der NS-Partei in Oberschlesien. Als Oberpräsident leitete er Arbeiten der allgemeinen Verwaltung. Was nicht das Gleiche war, natürlich war nicht die Partei. Aber er bekleidete auch einen anderen wichtigen Amt. Er wurde zum Beauftragter des Reichskommissars für die Festigung des deutschen Volksstums in Oberschlesien ernannt. Was für ein Amt das war? Das war ein Amt, das am Anfang des Krieges gebildet wurde und der Reichskommissar, also der Chef dieser Strukturen, Heinrich Himmler war. Dem Hitler die Aufgabe gab, alle diese Sachen, die mit Volkstumspolitik, Aussiedlungen der Polen, Ansiedlungen von sogenannten Volksdeutschen verbunden waren. Also Himmler selbst betrachtete sich als eine Person, die alle diese Aufgaben im Namen des Führers durchführen sollte. Aber die Gauleiter waren anderer Meinung. Sie waren doch Wütze-Königen. Sie dachten, dass sie nur dem Himmel Hitler direkt untergeordnet waren. Also Erich Koch, vielleicht nicht so viel, aber Albert Forster, sie haben genug große Einflüsse, besonders genug persönliche Kontakte mit Hitler, um sich dem Himmler wieder zu setzen. Aber nicht Bracht, der ein junger Gauleiter war, ein sogenannter schwacher Gauleiter, da er den Hitler nicht persönlich konnte aus der Kampfzeit, also aus den Jahren vor 1933, also nicht so große Selbstständigkeit hatte, als die andere Funktionäre dieser Art. Und das ist besonders deshalb so wichtig, dass später, als er Volkstumspolitik in Oberschlesien durchführen musste, schien es, dass er alle Schritte genau laut Befehle Himmlers durchführen sollte. Es war nicht so, aber es war für ihn sehr kompliziert, seine eigene Politik in Oberschlesien auf diesem Bereich zu machen. Als Gauleiter hatte Fritz Brauch auch andere Ämter, vielleicht nicht so wichtige, wie Gauwohnungskommissar, Reichsverteidigungskommissar und auch ein paar andere. Ja, warum ich darüber sehr viel rede. Also, wenn wir jetzt die neueste Bücher über Nationalsozialismus lesen, da können wir bemerken, dass das Machtsystem des Dritten Reiches schon ein bisschen anders bewertet ist als früher. Also, wenn wir an den Totalitarismus denken, dann glauben wir, dass wir einen starken Diktator haben, der alles kontrolliert, die wichtigsten Entscheidungen trifft und natürlich in diesem Fall, das war Hitler. Jetzt gibt es eine Rede von einer schwere Diktatur, denn Hitler eigentlich wollte herrschen, aber nicht regieren. Er war ein ganz fauler Mann. Das machte aber Bereich für verschiedenste Resortenkampfe in den Machtlager. Die Parteileute wollten für sich arbeiten, die Verwaltung, die Wehrmacht, die Wirtschaft auch an seine Interessen hatten. Und es kam natürlich zu vielen Streiten, Auseinandersetzungen. Aber in Berlin, vielleicht in München und in Oberschlesien und vielleicht auch in Anderngauen, es waren die Gauleiter mit so vielen Ämtern, die die ganze Macht in seinen Händen hatten. Also, meiner Meinung nach, zumindest in Oberschlesien, gab es solche Streiten nicht so viele. Der Gauleiter war Oberhaupt und er tatsächlich kontrollierte alles. Und vielleicht deshalb konnte die deutsche Verwaltung in Oberschlesien so effizient arbeiten durch den ganzen Krieg, trotz all diesen Resortenstreiten. Okay, natürlich als Gauleiter wurde ein Funktionär, der besonders von der nationalsozialistischen Propaganda in Oberschlesien gejubelt wurde. Als ich sagte, ein Wütze-König Hitlers in Oberschlesien. Hier sehen wir ein paar Beispiele davon, also ein Tor. Es gab solche Situationen, wo ein Gauleiter als Leiter der ganzen Verwaltung sein Gebiet, sein Leid bereiste. Er besuchte für ein paar Tage einen Kreis, wo es viele Kunden gebunden gab, Beratungen und so weiter. Das war sehr festlich organisiert und wie hier sehen wir, welche Form es einnehmen könnte. Zum Beispiel ein solches Tor in Deutschen Dombrova, als es hier steht. Und ehrlich gesagt, das war ein Gebiet, das Zagłębia Dombrovski heißt, also ein Gebiet, das eigentlich niemals ein Teil Deutschlands war. Es gab ein paar Jahre nach Teilungen des Polens im 18. Jahrhundert. Aber das war ein Gebiet, wo eigentlich nur Polen und ziemlich zahlreiche Juden wohnten. Aber die nationalsozialistische Propaganda versuchte, ein Bild eines deutschen Gebietes zu machen. Deshalb, ja, solches Jubel. Ja, Bürste von Fritz Bracht, von Peter Lieb, ein überschlesischer Künstler. Das kennen wir auch aus anderen totalischen Systemen, wie zum Beispiel Sowjetunion, aber auch im Ditten Reich. Also einfach ein Personenkult, lokales Personenkult, aber so ähnlich wie zum Beispiel Hitler. Und das Bild, das ist auch über Schlesien, das ist eine sogenannte Führertagung. Also im Stadttheater in Katowice sammelten sich alle Leute, wie es damals in Zeitschriften geschrieben wurde, die Männer der Partei, Verwartung, Wirtschaft und der Wehrmacht. Und natürlich die Hauptfigur der ganzen Veranstaltung, Fritz Bracht, als Gauleiter war. Was ist dabei typisch? Vielleicht können Sie sehen, dass Fritz Bracht nicht besonders hoch war. 1,70 Meter wie ich. Also zu wenig, um sich als starker Mann zu zeigen. Und auf diesem Bild sehen wir, wir können das bemerken. Aber meistens versuchten die Fotorreporteure Bracht so fotografieren, dass es viel größer schien, als er war. Hier sehen wir so einen Zufall. Okay, aber das war natürlich die Propaganda. Bracht hatte vier wichtigere Aufgaben in Oberschlesien, als sich fotografieren lassen. Obwohl diese Kunde gebunden, das war ein nationalsozialistisches Ritual der Machtausübung, nicht in Oberschlesien, aber auch in anderen Gebieten. Zwei wichtigste Bereiche der nationalsozialistischen Politik gab es während des Zweiten Weltkriegs. Eine Wirtschaftspolitik, also eine sehr wichtige Industrieregion, das für die deutsche Kriegswirtschaft intensiv arbeiten sollte. Und das war Priorität. Zweite Sache, die ein bisschen problematisch war, besonders wenn wir das erste Punkt unter Betracht nehmen, das war Volksstumspolitik. Also ich sagte, diese westlichen Gebiete Polens sollten germanisiert werden. Das betraf natürlich mehrheit der Bevölkerung, die in polnischen Teil vor dem Oberschlesien, vor dem Kriegsausbruch wunden betraf. Laut deutscher, nicht nur nationalsozialistische, aber generell deutscher Propaganda, waren diese Leute deutscher oder deutsche Abstammung, sogar wenn sie polonisiert wurden. Aber methodologisch sollte es keine Probleme machen. Wenn sie der deutschen Abstammung waren, dann konnten sie deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Es war aber nicht so einfach. Wir sehen diese Plakate hier aus Zeiten des Plebiscytiums in Oberschlesien, also aus einer Zeit von 1921. Die Volksstimmung, die damals in Oberschlesien organisiert wurde, wurde zwar von deutscher Seite gewonnen, aber trotzdem fast 500.000 von Oberschlesien sich damals als Polen deklarierten. Später haben wir 20 Jahre der polnischen Herrschaft. Die Oberschlesien besuchten die polnischen Schulen. Sie werden auch polonisiert, außerdem, dass sich die große Menge als Polen einfach betrachten. Naja, wie also diese zwei Sachen vereinbaren. Deutsche Propaganda behauptet, dass die Oberschlesien Deutsche sind und die Tatsachen sind ganz anders oder nicht so klar. Und natürlich, die deutschen Behörden waren bewusst, dass es nicht so war, dass alle Oberschlesien sich als Deutsche betrachteten. Es gab natürlich große Menge, die es tatsächlich machten. Aber was sollte man mit anderen machen? Besonders, dass eine Eigenheit der Oberschlesiens war, dass es polnische Bevölkerung gab, deutsche Bevölkerung gab und inmitten die sogenannte labile Gruppe, die sogenannte Hesige, die sich nicht als Deutsche, nicht als Polen, sondern einfach als Oberschlesien betrachteten. Uns bat, was damit mit den Leuten zu machen. Besonders, dass die deutschen Behörden keine Klarheit am Anfang des Krieges hatten, wie diese Stimmungen in Oberschlesien tatsächlich aussahen. Also, schon 1939 versuchte man das zu untersuchen, eine organisierte Einwohnerfassung, wo sich die Leute deklarieren mussten, dass sie Deutsche oder Polen, aber auch vielleicht Hesige, also Oberschlesien sind. Und das Ergebnis dieser Einwohnererfassung war schockierend sogar für die deutsche Behörden, dass 90 Prozent der Oberschlesien in ehemaliger schlesischer Volkswirtschaft sich als Deutsche deklarierten. Okay, die Gründe, warum sie so machten, das ist ein Thema für einen ganz anderen Vortrag, aber sogar die deutschen Beamten, Parteifunkzionäre, konnten nicht glauben, dass alle so viele Oberschlesien sich tatsächlich als Deutsche betrachteten. 90 Prozent. Das war, ja, unglaublich. Deshalb musste man ein anderes Werkzeug finden, um diese Verhältnisse endlich festzustellen. Und als dieser Werkzeug wurde die sogenannte Deutsche Volksliste gewählt. Aber bevor diese Aktion der Eintragungen in die deutsche Volksliste angefangen wurde, gab es den Jahr 1940, also Siegreicher für Deutschlandkrieg mit Frankreich. Also sozusagen eine Freiheitsbewegung auch für Volksstumspolitik in Polen. Man konnte sich damals vorstellen, dass der Krieg schon gewonnen ist. Damals blieb es nur England, die sich zwar verteidigte, aber außerdem nichts. Also die deutschen Behörden können auch ihre verbrecherische Rassen- und Volksstumspolitik damals durchführen. Deshalb hat zum Beispiel damals Heinrich Himmler einen Plan der Aussiedlung der deutschen Juden, der europäischen Juden nach Madagaskar vorgeschlagen. Er dachte, dass es damals durchführbar war. Und auch deshalb organisierte die NS-Behörde in besetzten Polen die mäßigen Aussiedlungen der Polen aus diesen westlichen Teilen des besetzten Polens, die von dem Dritten Reich annektiert wurden. Auch in Oberschlesien, eigentlich nicht genau in Oberschlesien, sondern in Saiboschland, aber auch ungefähr 20.000 Polen nach Generalgouvernement ausgesiedelt wurden, um einen Platz für die Volksdeutschen aus Rumänien, aus Wolinien zu machen. Aber das, so waren die Pläne, das war erst ein Anfang. Die richtigen Nationalitätsverhältnissen in Oberschlesien sollte diese deutsche Volksliste feststellen. Was war die deutsche Volksliste? Also es ging darum, um die ganze Bevölkerung in vier sogenannten Abteilungen zu teilen. Erste zwei Abteilungen, ein, zwei, diese waren für die Mitglieder der deutschen Minderheit bestimmt. Und sie bekamen sofort deutsche Staatsbürgerschaft. Sie hatten die gleichen Rechte wie die sogenannten Reichsdeutschen. Die erste Gruppe und die zweite Gruppe. Die dritte Gruppe, diese war für diese labile Oberschlesier bestimmt. Also die Leute, die laut Propaganda der deutschen Abstammung waren, aber polonisiert irgendwie waren oder sich nicht entscheiden konnten. Und die vierte Gruppe, das war noch komplizierter, das waren auch diese Oberschlesier, die ihre deutsche Abstammung irgendwie zeigen könnten, aber die stark polonisiert wurden. Also Mitglieder der polnischen Organisationen vor dem Krieg waren und so weiter. Ihre Situation war die schlimmste. Okay, man hat diese ganze Sache so organisiert, dass in den nächsten zwei Jahren fast alle Oberschlesier, die Einwohner der jemaligen Wojvotschaft Schlesien, in diese Volksliste eingetragen wurden. Und es stellte sich heraus, dass die Mehrheit der Oberschlesier in diese dritte Abteilung eingetragen wurde. Und man muss wissen, wer diese Leute waren. Das waren vor allem Arbeiter in der Oberschlesienischen Schwerindustrie. Diese Leute waren für den Krieg wichtig, aber ihr Status im Rahmen der deutschen Volksliste nicht so klar war. Also, die erste, zweite Abteilung, die Elite, die deklarierten Deutschen, die keine Zweifel weckten. Die Leute, die als Polen betrachtet wurden, sie waren auszusiedeln. Das wussten alle. Eigentlich das Gleiche galt für die vierte Abteilung. Aber niemand wusste, was mit der dritten Abteilung, also Mehrheit der Bevölkerung, passieren wird. Aber diese Leute waren für die deutsche Kriegswirtschaft notwendig als Arbeiter. Und wie es sich schon bald herausstellte, auch für die Wehrmacht. Und hier muss ich die Situation Brachs noch kurz erklären. Also, wenn er von Adolf Hitler zum Gauleiter ernannt wurde, bekam er eine Hauptaufgabe. Oberschlesien muss produzieren. Das ist Priorität. Das ist die wichtigste Sache. Aber die Vorschriften zu deutscher Volksliste bearbeiteten Heinrich Himmler und seine Leute. Und diese Vorschriften sagen es vor, dass die dritte Abteilung nach dem Kriegsende ins Reich übersiedelt werden soll, um dort assimiliert zu werden. Laut diesen Vorschriften sollten diese Leute keine Staatsangehörigkeit bekommen. Die Situation der Mehrheit der Bevölkerung war unklar. Wie konnte man von diesen Leuten erwarten, dass sie arbeiten oder als Soldaten dienen werden, wenn sie keine Staatsbürgerschaft haben? Wann waren sie ihr Vermögen verloren, dass dieses von deutschen Behörden beschlagnahmt wurde? Und so weiter. Das war eine gefährliche Sache. Das war auch deshalb gefährlich, dass diese Leute einfach sich mit polnischer Widerstandsbewegung verbinden wurden. Und tatsächlich sehr viele Oberschlesierer das taten. Und Gefahr, dass diese Leute übersiedelt werden, konnte auch für deutsche Industrie eine Tragödie bedeuten. Denn diese mussten in den oberschlesischen Bergwerken, Hütten usw. arbeiten. Und diese Situation bemerkte sehr bald Fritz Bracht. Als ich sagte, Himmler unterstützte ihn, aber auch er forderte, seine Befehle, seine Politik auszuführen. Bracht hatte aber Unterstützung von Leuten aus der Wirtschaft, sogar aus der Verwaltung, sogar aus der Partei, die ihm sagte, wir müssen irgendwie mit Himmler verhandeln. Aber nicht um Polen zu retten, um Juden zu retten. Diese Politik war das Gleiche, wie in anderen Gebieten Polens. Sondern um bessere Stellung für die Mehrheit der Oberschlesien zu erledigen. Und schon 1941 ist es dem Bracht gelungen, diese ein bisschen bessere Stellung für die Dreier, für die Abteilung 3 zu gewinnen. Am Anfang konnte Himmler überzeugen, um die Pläne der Umsiedlung der Dreier zu überzeugen. Später konnte Himmler überzeugen, um diesen Leuten im Vermögen nicht zu beschlagnahmen. Aber der wichtigste Moment war am Anfang 1942, also nach der Schlacht um Moskau, die von Wehrmacht verloren wurde. Und auch für Wehrmacht sehr große Verluste bedeutete. Man brauchte Rekruiten. Woher auch aus Oberschlesien. Und die Mehrheit waren diese Dreier, die keine Staatsbürgerschaft hatten. Wenn wir aber den Oberschlesien diese Staatsbürgerschaft geben würden, dann können sie als Soldaten für das Dritte Reich kämpfen. Und es war unwichtig, ob sie das eigentlich wollten oder nicht. Und das geschah genau im 1942, wann diese Gruppe 3, die Abteilung 3, deutsche Staatsangehörigkeit auf Wiederhof bekommen haben. Was bedeutete dieses Wiederhof? Sie müssten sich durch zehn Jahre als loyale Bürger zeigen. Pflichtbewusst arbeiten und tapf für Vaterland kämpfen. Und was noch wichtig dabei war mit dieser deutschen Volksliste, niemand fragte diese Leute, ob sie sich Polen, Deutsche fühlen. Nicht diesmal. Von oben wurde es entschieden, wer eigentlich ist. Und nach 1942, als die ganze Aktion der Eitragungen fortgesetzt wurde, waren diese Kriterien sehr sozusagen liberal. Also Leute, die früher als Polen bewertet wurden, sie stiegen zur Dritte Abteilung im Po, da die Dritte Abteilung hatte, die Männer aus Dritte Abteilung hatten, hatte Pflicht, in der Wehrmacht zu dienen. Und natürlich, das war Zweck der Politik Brax, die später nach dem Krieg seine Mitarbeiter versuchten darstellen, dass sie wollten die Polen retten. Nein, es war nur die Rede über Oberschlesier. Also Leute, die vor dem Ersten Weltkrieg auch deutsche Reichsbürger waren. Die Polen waren für Sklavenarbeit bestimmt, auch für die Aussiedlung nach dem Ende des Krieges. Sowieso für die dritte Abteilung konnte Bracht sozusagen viele Privilegien seitens Himmlers gewinnen. Und das ist ein Problem der ganzen Besatzungspolitik in Oberschlesien bis heute, schon während des Krieges wurden die Oberschlesier von der polnischen Gesellschaft aus Generalgouvernement anderen Teilen Polens als Verräter betrachtet, dass sie Volksdeutsch waren. Also ich sagte aber, das war ja nicht so einfach. Auch unter diesem Oberschlesien Abteilung 3 gab es Polen, polnische Patrioten auch. dass ich auch Sache, die noch einen anderen Vortrag erfordert. Und wenn wir über NS-Funktion reden, natürlich müssen wir auch über die grausamsten Verbrechen des Systems erwähnen. Also Sache, die Fritz bracht in einem Schrift als praktischer National Sozialismus nannten. Also ich sagte, es waren die Aussiedlungen der Polen, auch der Juden, die schon am Anfang des Krieges angefangen wurden. Dazu gehört auch natürlich die ganze Terrorpolitik der auch Oberschlesien, nicht nur die Polen Juden, gegenüber. Und diese Terrorpolitik war auch Werkzeug, das war eine andere Seite der Volksstumspolitik bracht. Es gab die Politik der Peitsche und Zucker, so sagt man der Zucker und Peitsche. Wenn die Oberschlesien loyal sind und arbeiten oder Militär dienen, dann ist alles okay. Wenn sie aber sich weiter als Polen betrachten, wenn sie mit polnischen Untergrund Organisationen arbeiten, für diese Leute gibt es Konzentrationslager Auschwitz. Oder noch ein anderes Werkzeug, also Standgericht der Gestapo, der im Jahr 1941 eingerichtet wurde. Standgericht, was konnte es bedeuten? Es gab nur zwei Urteile vor diesem Gericht, Freilassung oder Todesurteil. Und Mehrheit der Urteile dieses Gerichts, das waren Todesurteile, die am meisten im Konzentrationslager Auschwitz durchgeführt wurden. Okay, was war aber, was für einen Einfluss der Bracht auf diesem Gericht hatte? Also, laut Berichten der Gestapo-Leute, die nach dem Krieg verhört waren, die Leute aus diesem Gericht, die meistens Chef der Katowice Gestapo leitete, hatten die fertige Formuläre, leere Formuläre der Todesurteile mit Unterschriften gebracht. In Blanco. Es hieß also, dass er akzeptiert, er unterstützt die ganze Politik und benutzt diese Terrorpolitik für Polen, für Juden, auch für die ungehorsame Oberschlesien. Wenn ich wissen, wer Einflüsse brachte es auf die Euthanasie Aktion, die sogenannte T4 Aktion in Oberschlesien, es ist aber sicher, dass auch in oberschlesischen Heilanstalten wurden die Geistkranke ermordet, wie in Rübnik, wie in Nitz. Aber die ganze Aktion war so getarnt, dass trotz mehrjährigen Reherschen konnte ich keine klaren Beweise für Engagement auf diesem Bereich finden. Und noch eine Sache, Gau Oberschlesien, das war Gau, in welchen Grenzen sich Konzentrationslager Auschwitz, Beekernau befand. Die Frage ist also, in welcher Verbindung Brach zu diesem Lagerstand. Okay, Gebiet des Konzentrationslagers Auschwitz- Beekernau, das war eigentlich ein selbstständiges Interessengebiet von SS. Also es wurde von der Macht Brach eigentlich herausgenommen. Das bedeutete aber nicht, dass auch Brach damit nichts zu tun hatte, denn die oberschlesische Verwaltung eng mit SS, auch in diesem Fall mit Arbeit Täter. Brach natürlich benutzte auch Lager für seine politischen Zwecke, diese Terrorpolitik, die ich schon kurz charakterisierte. Und noch eine wichtige Sache, die oberschlesischen Juden, auch die Juden aus östlichen Teilen des Gaues, also Sagwembe, Dombrovskie, Schanuf, auf diesem Gebiet lebten auch zahlreiche Juden. Und ungefähr 100.000. Und wie alle Juden unter deutschen nationalsozialistischen Herrschaft wurden diese Leute vernichtet. Am meisten genau in Kalauschwitz. Also das ganze Parteiapparat und Verwaltungsapparat in Oberschlesien natürlich müsste bei dieser Aktion auch eng mit Gestapo, mit SS mit arbeiten. Und natürlich das ist auch ein Teil verantwortlich gebracht für solche für dieses Völkermord. Und hier sehen wir zwei wichtige Fotos, die aus Juli 1942 stammen. Damals weilte Heinrich Himmler in Oberschlesien und Konzentrationslager Auschwitz besuchte. Bracht begleitete Himmler bei dieser Visitation, was auch ein kürzer Bericht in Katowice-Zeitung ein paar Tage später zeigte. Aber viel wichtiger ist dieses Bild. das zeigt Himmler bracht genau in Konzentrationslager Auschwitz. Also an einem Tag wurde diese beide Vergassung der Juden beobachteten. Also Fritz Bracht wusste peinlich sehr genau, was dort passierte und trotzdem daran teilgenommen hatte. Das sind ja vielleicht die wichtigsten Punkte. Okay, man sollte allen diesen Punkten viel mehr Zeit widmen, als wir vielleicht heute haben. Okay, am Ende des Krieges, die letzten Jahre des Krieges brachten sich neue Aufgaben auch für Gauleiter und für die ganze Verwaltung, also Vorbereitung des Industriegebietes für Luftangriffe, wie wir wissen, schon damals demolierten die alliierten Flugflotten Ruhrgebiet und andere Städte und Gebiete Deutschlands. Aber Oberschlesien war sehr lang ziemlich sicher, da es zu weit von amerikanischen englischen Basen entfernt war. Also die ersten Luftangriffe gab es erst im Jahre 1944 und sie waren nie so zahlreich nur gegen ausgewählten Punkten. Also Oberschlesien erlebte nicht das, was zum Beispiel Ruhrgebiet erlebte. Die ständige Luftangriffe zerstörte alles, was stand. Aber man musste sich für solche Möglichkeiten vorbereiten. Also man baute Bunker, Splittergraben in allen Oberschlesien. Zweite Sache, total Mobilmachung nach Stalingrad. NS-Behörden versuchten alle Kräfte sammeln, um doch den Krieg fortzusetzen. Ob es möglich den Krieg dann zu gewinnen, das ist ja fraglich. Sowieso auch für solche Maßnahmen in Oberschlesien war verantwortlich. Jahr 1945 Rote am Armee ist an der Weichsel. Also das ist ein paar hundert Kilometer von Oberschlesien von Reichsgrenze. Natürlich versuchte sich Wehrmacht das dritte Reich dazu vorbereiten und im Herbst dieses Jahres hat man eine Befestigungslinie an der Grenze an der Weichsel und auch hinten erbaut und dazu eigentlich benutzte man die Arbeit der Hunderttausenden von Leuten. Ob Deutsche, Polen, Frauen, Männer, Kinder, älteren Leute waren, egal. Alle müssten bei diesen Befestigungen arbeiten und natürlich in Oberschlesien war Bracht und seine Partei dafür beantwortlich. Wenn im Oktober 1944 Volkssturm organisiert wurde, auch Bracht mit großem Fanatismus sich dabei engagierte. Er machte aber auch weitere wichtige Vorbereitungen. Trotzdem die Propaganda und der Bracht selbst behaupteten, dass der Alliaten und Rote Armee gestoppt werden wird, waren die Behörden auch in Oberschlesien bewusst, dass es ganz anders laufen kann. Man vorbereitete sich zur Evakuierung der Zivilbevölkerung und Wirtschaftsvorräte aus Oberschlesien, wenn die Rote Armee sich diesem Gebiet nähert. Schon seit September, vielleicht sogar August 1945 arbeitete Deutsche die Stabenbrachs, um solche Prozeduren zu organisieren, Strukturen Befehlen zu machen. Wenn es aber im Januar 1945 zum Neuen Offensive der Rote Armee kam, bald stellte es sich heraus, dass alle diese Befestigungsarbeiten, alle diese Vorbereitungen zur Evakuierung, Organisation des Volkssturms unnützlich waren. Niemand konnte Russen halten. Bald erschienen sich die russischen Panzer auch in Oberschlesien. sie bewegten sich so schnell, dass die ganze Evakuierung, außer das ist wichtig, Konzentrationslager Auschwitz, das ist gelungen. Also Todesmarsche wurde organisiert, andere tausende Opfer, aber insgesamt die Bevölkerung Wirtschaftsvorrat diese nicht evakuiert werden konnte. Zumindest aus oberschlesischen Industriegebietes, die vielleicht Gebiete wie Opeln, westliche Seite ob Schlesiens, ja, diese konnte teilweise evakuiert werden, aber nicht Industriegebiet. Und machte man später nach dem Krieg den Wracht Verwürfen, dass es seine Schuld war, dass diese Evakuierung nicht gelungen, da tausende Leute auf den Gebieten blieben, die von Russen wieder von Roten Armee besetzt wurden, was mit vielen Gewalttaten verbunden wurde. Auch andere Sache. Das ist auch ein Teil der Geschichte über Schlesiens. Sogar in Polen nennen wir das jetzt Tragedie über Schlesiens. Aber das ist ganz andere Sache. Aber meiner Meinung nach waren diese Vorwürfe gegenbrach falsch, da tatsächlich solche Vorbereitungen gemachte. Zwei, die Russen bewegten sich so schnell, dass diese Pläne nicht durchgeführt werden konnten, einfach. Und dritte Sache, konnte eigentlich Brach das ganze Prozess nicht leiten, kurz vor Einmarsch der russischen Truppen in Katowice den Herzinfarkt bekommen hat. Und selbst musste nach Bad Kudowa Kurort in Niederschlesien evakuiert werden. Und genau in Bad Kudowa verbrachte er die letzten Monate seines Lebens. Was ist interessant, es gibt in Fällen ein paar Informationen, die ich eigentlich nicht ganz klar erklären konnte, dass er noch in Bad Kudowa auf Befehl Hitlers, da konnte den Gauleiter verhaften zu lassen als Hitler, dass er verhaftet wurde. Aber das sind nur ein paar Hinweise, als gesagt, die ganze Sache ist nicht so klar. Sicher ist aber, dass im April ein neuer Gauleiter Oberschlesiens ernannt wurde, Fritz Reckmann, als wir hier in diesem Zeitungs sehen können. Das bedeutete also, dass Bracht ganz an der Seite gestellt wurde. Okay, das sind aber die letzten Tage des Dritten Reiches. Am 9. Mai in Bad Kudowa, in diesem Gebäude, in Villa Grunwald, beging, gebracht, mit seiner Ehefrau Paula Selbstbord. Also, das war eigentlich symbolisch. Das ist der letzte Tag des Zweiten Weltkriegs, des Weltkrieges. Und das ist natürlich das Ende des Mannes, der nur in nationalsozialistischer Herrschaft so große Position gewinnen konnte, als Arbeiter. Für Fritz Bracht bedeutete Nationalsozialismus ein Aufstiegsmitglied, Soziale Aufstiegsmitglied. Und vielleicht deshalb hat er den Selbstmord begangen, da natürlich er musste bewusst sein, dass als Verbrecher vor dem Gericht gestellt werden wird. Aber vielleicht macht er das deshalb, da er sich nicht ein anderes Leben schon damals vorstellen könnte. meine Damen und Herren, also letzte Worte, sehen Sie vielleicht das Bild hier, das sind die Hesten der evangelischen Friedhof in Bad Kudowa, wo Bracht mit seiner Ehefrau begraben wurde. Hier haben noch ein Dokument, den Todesschein der Bracht und seine Ehefrau, das noch der deutsche Bürgermeister in Bad Kudowa am 10. Mai unterschrieb. Das bedeutet, dass die Russen noch in Bad Kudowa waren, weiß niemand. Aber das ist auch Beweis dafür, dass Bracht, wie man später verdachtete, nicht nach Spanien aber tatsächlich starb und dort noch weiter in Bad Kudowa liegt, obwohl eigentlich der Friedhof schon nicht mehr existiert. Vielen Dank. Kudowa 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 Untertitelung des ZDF, 2020